Spanner F5, mach einmal rauch, ja. Brauchst du dich, die Männer hätten, wird da vorne gleich hier neben setzen. Ja, da brauchst du dich nur mit reinstellen, bei dem semester. Und du hältst dich wieder bereit, Emo, um die Käpt'n zu befreien, ne? Ja. Weil du bist das schnellste von uns. Ich glaube, die GD ist sogar ein bisschen schneller als ich. Emo, denk dran, hier sind viele Inseln, und Inseln sind da natürlicher Feind. Das erste Schlachtschiff kriegt gleich von mir eine dicke Breitseite. Auf den Kreuzer, bitte. Anfang, können wir das Schlachtschiff nehmen. Hey, Luca Forza wäre bei mir noch viel geiler, wenn ich eine gescheite Grafikkarte hätte und einen Lenkrad habe. Auf den Xbox. So, jetzt könnt ihr aus Schlachtschiff dann abgehen. ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt nicht die Kreuze zerstören, ob wir die hier bitte. Wir haben die Chisor verloren, oh man Leute, kein Problem, ne doch ein Problem, wir können nicht mehr 5 Sterne schaffen. Doch, kriegen wir, wir müssen den Cap nur befreien, das stimmt nicht, da muss nur einer ins Cap reinkommen und das muss der Nemo machen. Ins Cap da hinten oder was, wo die unsere Kreuze hinfahren oder was? Nein, da ist ein blauer Kreis um die Chorche um rum. Schon erledigt. Warum geht es weit ab? Weil ich zu dem Träger in Spendung fahre. Ja. War richtig so, ne? Also ich hab nur noch 400 Strasseopunkte. nebel oder mach irgendwas nebel, du kannst doch noch nebeln, den stell den nebeln. Nein, hab ich gerade hier. Aber ist uninteressant, weil ich hab den Cap gerettet und dementsprechend... Ja, hau einfach ab und stirbt nicht, trotzdem, das ist immer, du kannst immer noch nahrer Torpedos mit dem Norden reinhauen. Ja. Vielleicht dich jetzt ganz weit außen rum und er dann wird troppelt hier nach oben, wo die, wo die Flotte rein kommt. Halt mich ja auch schon vor, dass ich gleich die Dinge beharten kann mit den Torpedebombern, die reinkommen. Okay. Well вообще, also. Ich hab auch schon umgelegen vor, dass ich ausgeregt bin, ich hab ja auch noch nichtgefahren wie eine Plastik leckt, aber wie eine Plastik leckt. Du hast ja noch nicht wieder in die Plastik, hab ich Pfeil gelegt. Und, wie habe ich gesagt, was da war, Ich hab mir wohl noch, wie auch schon aufgeregt wie eine Plastik. Ja, ich hab ja einen Plastik. Ich hab ja dann noch nie übertrenghetschen. Oh, wache mich das noch gar nicht aus. Wie wahrscheinlich dich, ich hab ich hier nicht mehr, wie30 Minuten fahre ich hier. Schöne ist, dass die Kreuze jetzt alle so weit im Süden sind, das ist gut für uns. Schöne ist, dass die Kreuze jetzt nicht mehr so weit im Süden sind, das ist gut für uns. Einfach da hoch torpedieren in die Ecke und alles ist gut, nemo, kann ich erst reinfahren. Ich habe nur... Ich fahre aber in deine Richtung. 8 Kilometer Torps? Ja, aber die fahren in deine Richtung. Du musst ja nicht aufgehen, also, naja, egal. Ach so, Nebelnäger. Hör mal, die sind aufgewiesen, ich habe meine Torpeden dahin geschmissen. Und jetzt, da warte ich auf einmal wieder zu. Oh, das wird eng, nemo. Hör mal, ich habe mich wieder den Kapitän gerettet, wenn er jetzt untergegangen ist, aber egal. Ein Kreuzer, ein Stagierer, ein Träger, ein Träger. Ich will jetzt auf ein anderes Schiff gebieten. Ja, ich bin auch tot. So. Ist da noch ein Träger? Na klar, die haben drei. Drei. Drei haben die, ganz sie. Bei AC kommt auch noch einer raus. Neue Player. User joined your channel. Boin. 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 Was machen die denn da drüben? Kuscheln, die zwei Bots? Äh, ja. Aber ist egal, der eine ist schon raus und der andere ist jetzt gebremst. Und der hat von mir noch gekriegt, der hat Ruder-Ausfall. Jürgen hat das nämlich geiler vorhin, ne? Ja. Ja, mach mal gut. Ja. Ja, wir haben es ja gleich geschafft. Sieht ja gut aus. Ich meine, die Bots hier alle kuscheln mit ihren Schiffen gerade, kann das sein? Ab. Mal, Lord, bevor du runtergehst, bist du aber im nächsten Töhl nicht so. Umweltschutz geht alle an. Ja, genau. So, geschafft, das müsst ihr euch jetzt vom Sterl, oder? Ja, den Captain haben wir befreit, alles. Passt. Jups. So, dann habt ihr es alle erlebt, dann ist gut.